Hi meine lieben Tigerherzen, ich war heute auf einer Mission, nämlich meine Flyer im Bernhard-Theater in Zürich aufzulegen. Warum? Weil am 7. Februar 2023 meine Plattentaufe im Bernhard-Theater in Zürich stattfindet. Wir feiern mein erstes Album genau hier und ich zeige euch mal, wie ihr da hinkommt. Zuerst müsst ihr im Bahnhof Stadlhofen aussteigen und dann quer über den grossen Platz, bis ihr dann nach dem Opernhaus beim Bernhard-Theater ankommt. Es ist gleich soweit, wir sind gleich da, wir sind gleich da und zack, reingeht in das schöne Theater. Und kaum angekommen, sieht man mich auch gleich auf dem Bildschirm. Eigentlich dürftet ihr das gar noch nicht sehen, aber das ist mein Album-Cover, ein Sneak-Peak für euch. Und hier werden die Flyer aufgelegt von der lieben Nathalie. So cool, jetzt geht's los. So, die Flyer liegen jetzt hier im Bernhard-Theater und jetzt kann's losgehen. Ich kann es noch gar nicht glauben, endlich ist es soweit, nach so vielen Jahren Arbeit an meinem ersten Album. Das Tigerherz erwacht endlich und ich will das mit jedem von euch feiern. Kommt am 7. Februar um 19.30 Uhr ins Bernhard-Theater, nehmt eure Freunde und Familie mit. Ich drücke euch, euer Lukas. Mein Tigerherz, mein Tigerherz.